Das ist ein Zombie, der direkt an mir vorbeiläuft. Achso, Fanatiker-Fanatiker. Oh, dann wird der Taschenlampe. Achso, Fanatiker muss schneller sein, das ist doch langweilig. Ich muss, ich laufe die ganze Zeit länger. Der ist ja Kim schon draußen. Ja, ich habe keinen Sinn überstecken, Volker. Jetzt habe ich Angst. Hier gibt es so viele Räume, Alter. Ich hole mein Ladekabel. Oh mein Gott. Ja, Kim, I know your pain, man. Oh mein Gott! Was war das? Da saß einer am Bett, der ist unsichtbar geworden. AHHHHH! Da saß ein Mann am Bett, der ist auf einmal unsichtbar geworden. Ich gehe zum Bett, auf einmal schießt er auf Bohnen auf mich zu, Alter. Ich will nicht als erstes gebunden werden. Oh mein Gott! Alter, wer bist du denn? Oh mein Gott! Süß, ne? Warum liegen wir hier eigentlich... Schalken sie uns! Hier ging einfach wieder die Tür... Hier ist so ein Ding am Bodenleicht gekrabbelt. Erschreckt euch doch nicht so... Hier ging wieder eine Tür auf, Alter, einfach so... Hier ist so ein Ding am Bodenleicht gekrabbelt, Alter. N-noo HÄH? WAUH! Was ist das? Wer... wer wollte... Das steht... Es ist 23... HÄH! 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 Oh Nico! Warum steckst du dich denn? HÄH! Genau Nico! HÄH! HÄH! Nein! Zeigst du das ein, BÄH! HÄH! Was ist passiert Nico? Ich war in einem Lüftungsschacht! Am Kriegen langsam auf so ne... Auf so ne kleinen... Auf so ne Ecke zu! Und er kam um die Ecke So ein Fiebermohr noch nicht zugerannt! HÄH! HÄH! Das war nicht gut! Das ist der Suche! Ah, ein Wax! ÄH! WÄH! HÄH! 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 Man hört immer nur wie sie schalten! HÄH! HÄH! Ich hörte mir so gruselig, Alter! UF! UF! HÄH! 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 Und ich denke mir nur UF! HÄH! HÄH! Ich warte da! UF! UF! HÄH! 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 Was ist denn da? Du hast meine Steps gehört, oder? HÄH! Ich war da vorher auch schon! HÄH! Ich glaube es war der gleiche Raum, wo ich eben drin war. Ich glaube es war der gleiche Raum, wo ich eben drin war. Ich bin ready. Oh, ich bin fertig. Alter. Ich bin ready. Ich bin ready . Es ist ready. Das ist Kim. Unter. Meiiin. Hallo, das Video ist aber gemein, das ihr hier versucht zu flashen. Der versteckt sich auf dem Haus, Junge. Hat die Glück, dass das nicht einbricht. Der schlitzte da rum, alter! Soll ich scheiße, ich muss nen Dick malen! Nummer 2 Frag mich doch, wie bist du da rauf gekommen? Ja Wunderte sie sich, fragte sie sich, wie nahm der junge Bursche dieses Haus Die fette Granny-Alarm Die Granny Ja, ich bin's abgestochen Lauf, alter Wut Näh, 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 da lauf ich nicht lang Näh, 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 da lauf ich nicht lang Näh, 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 näh Halt, so, komm her Ja Guck dir mal den Gang an Dann, ich nicht durch Huch Huch Alles klar Huch 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 Alter, ist Chaos in der Flugschacht gesprungen Ich bin nicht mal da, Joke Huch 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 Ach, den hatte ich auch gesehen, Ehring Ist ja mal die Worte Huch 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 Was war das? Auf Gerritz du? Aua! Gerritz, Alter! Oh mein Gott! Alter! Film aussuchen, ne? Ja. Nee, Fizzle, die ganzen Jumpscare auslösen. Wow! Uff! Hat's glaub ich ausgelöst. War's geil? WOOOOO! Wow! Eieiei! Alter, dieses Ding, ne? Das ist so fett! WOOOOO! Geil, Alter! Du hast mich zugelaufen! Ja, das ist schlimm! Schon! Sexy, oder, Paul? Ja, mach's sexy! Leg nach unten, Nico! Ja! Ja! Wow! WOOOOO! Ich hab's gefunden, Nico! Was? Was? Ich hoffe, Finn findet... WOOOOO! Hat er's gefunden? WOOOOO! 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 vent App перемonte ... EINWO! Wgom! WOOOOO! WOOOOOOOOO! WOOOOO! Vielen Dank.